Guten Abend, ihr Lieben. Also ich sitze hier guter Laune in meiner Praxis, um mit euch zu sprechen. Guter Laune, weil ich meinen Vermieter dazu gebracht habe, die Heizung anzumachen. Und es war so kalt in der Wohnung und es ist nun einfach jetzt Herbst und er wollte die Heizung nicht anschmeißen. Ich habe dann gesagt, also es geht nicht, ich kann doch nicht in der Decke gehüllt irgendwie zu Hause sein, auch wenn ich noch so warm angezogen bin. Ich habe immer noch einen Schal an, wie ihr seht. Und ich finde Wärme, also eine angenehme Wärme in der Wohnung zu haben, das ist schon ein Bedürfnis. Nachts brauche ich das nicht. Wenn ich dann ins Bett gehe, dann kann ich mich ja warm einkuscheln. Und trotzdem, es ist so ein Grundbedürfnis, dass es warm genug ist. Ja, es wird ja jetzt auch richtig kalt. Der Herbst hat begonnen. Ja, wir sind ja auch jetzt schon im Oktober seit heute und es regnet, es ist nass. Es ist so eine nasse, kühle Feuchtigkeit draußen. Es ist auch schon ein bisschen moderig. Die Blätter fallen, auch auf meiner Terrasse geht das schon los. Die Blumen sind nicht mehr so schön, wie sie im Sommer waren. Und das ist diese Übergangszeit, wo der Sommer geht. Und der Herbst ist da. Der Herbst hat auch sehr schöne Tage. Wir werden noch bunte, sonnige Tage haben, da bin ich mir ganz sicher. Aber im Augenblick haben wir eine Regenphase. Aus dieser Regenphase möchte ich euch berichten, dass ich wirklich glücklich von diesem Seminar, von dem ich auch in den letzten Tagen berichtet habe, wieder zu Hause bin und immer noch nacharbeite. Es schwingt noch immer nach. Es waren vier so intensive Tage und es hat mir so gut getan. Und es hat sich auch schon einiges bei mir verändert. Es kommt euch jetzt vielleicht komisch vor, aber seit zwei Tagen gelingt es mir, nein, seit drei Tagen gelingt es mir, wenn ich satt bin beim Essen, meinen Teller nicht aufzuessen. Ich kann das stehen lassen. Ich muss nicht den Teller leer machen. Das hört sich vielleicht für euch wirklich bescheuert an, aber für mich ist das ein unglaublicher Erfolg. Ich konnte es noch nie. Angebrochene Sachen stehen lassen und dann sich zu überlegen, also diesen Teller wegzuschieben und zu merken, ich bin jetzt einfach satt und ich muss das jetzt nicht essen. Ich bin doch kein Hausschwein. Ja, und das ist mir jetzt jeden Tag mal gelungen, weil im Allgemeinen tue ich mir zu viel auf den Teller, habe ich auch festgestellt. Und das macht aber nichts, wenn ich dann die Möglichkeit habe und die Freiheit habe, zu sagen, okay, es reicht jetzt, diesen Teller wegzuschieben. Eine tolle Freiheit. Ja, und dann habe ich nachher Zeit gehabt, jedes Mal mit zu überlegen, was ich mit dem Rest mache. Wie ich den aufbewahre, ob ich den wegschmeiße, ob es wirklich nicht mehr gut ist oder ob ich ihn im Kühlschrank aufbewahre und mal gucke, ob ich dann an irgendeinem der kommenden Tage noch mal Lust drauf habe. Also für einen Menschen, der bisher immer den Zwang hatte, den Teller leer zu essen, ist das ein Riesenerfolg, glaubt es mir. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber das ist der Anfang von einer neuen Freiheit in meinem Leben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich gehe jetzt ins Bett. Morgen früh habe ich nämlich Schauspielunterricht und morgen werde ich am späten Nachmittag zur langen Theaternacht in Köln aufbrechen und bin sehr gespannt, wie es mir denn gefallen wird, diese lange Theaternacht. Es wird auf jeden Fall aufregend und es wird nass, es wird regnen und ich überlege mir jetzt schon, was man denn da am besten anzieht. Also alles Liebe für euch, schlaft schön und lasst es euch gut gehen. Eure Anita Ferraris Eure Anita Ferraris